Vor diesem Testzentrum im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bilden sich seit Tagen lange Schlangen. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 1362 gehört der Bezirk zu den Spitzenreitern unter den Hotspots in Deutschland. Trotz der Lage sind viele entspannt. Ich gebe 8 Abstand. Ansonsten lebe hier mein Leben. Ich denke mal, das liegt daran, hier wohnen sehr viele Menschen. Die Restaurants sind alle voll, wenn man so guckt. Ich versuche das auch in Regionen, wo die Inzidenz nicht so hoch ist, mich in den Dingen einzuschränken. Wie die Omikron-Welle Deutschland treffen wird, ist noch immer unklar. In vielen Nachbarländern entspannt sich die Lage derweil weiter. Und laut Virologen sei die Pandemie gar in einem Übergang zu ihrem Ende. Und auf diesem gleitenden Übergang bis zum Pandemieende muss man sich dann natürlich auch stufenweise deeskalierend an die entsprechende veränderte Situation anpassen. Zuletzt sank die Hospitalisierungs-Inzidenz in zahlreichen Bundesländern unter die von den Ministerpräsidenten gesetzte Grenze von drei. Viele Bundesländer reagieren darauf dennoch nicht. Gesundheitsminister Lauterbach mahnte gestern noch einmal zur Vorsicht und lobte bei seinem Besuch in Mecklenburg-Vorpommern den strengen Kurs der Landesregierung. Er warnte zudem noch einmal, die Welle zu unterschätzen und schloss weitere Schritte nicht aus. Die Modellierungen zeigen, dass diese Welle zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwer einzuschätzen ist, dass es aber keinerlei Grund für Entwarnung gibt. Und dass wir daher den Kurs, den wir derzeit fahren, auf jeden Fall weiterfahren müssen, möglicherweise noch einmal verschärfen müssen, je nachdem, wie es sich in den nächsten zehn Tagen verändert. Nach Bayern will nun auch Baden-Württemberg mit einem Stufenplan die Corona-Maßnahmen nachjustieren. Weitgehende Einschränkungen seien nach dem merklichen Rückgang der Hospitalisierungs-Inzidenz auf Dauer nicht zu halten gewesen, hieß es von der Landesregierung. Untertitelung des ZDF, 2020